und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn mit Chantal Lafischi ja wir haben ein kleines Problem und zwar ist es jetzt wieder seitenserver, das heißt es wird laggen wie Sau nur bei ihm, bei mir nicht, bei mir wird es plötzlich auch wie immer ihr seht hier jetzt die Quest sind ein bisschen verändert, es fehlt eine Quest das liegt daran, dass ich das Spiel habe laufen lassen und es abgeschmiert ist und dadurch haben wir das irgendwie verpackt das ist jetzt ein kleines Problem, aber wir hoffen das geht trotzdem noch irgendwie ja so, er hat eigentlich alles komplett kaputt gemacht und das ist hundertprozentig seine Schuld und wir sind jetzt ein bisschen raus wie raus ja aus dem Spiel, also ich weiß zumindest nicht wie ich kann aus dem Spiel raus sein ah, oh hier ist das, ich kann, Crumbay ähm, woher bist du auf der, okay jetzt muss ich reden Suburban Stork hat kam, Barking, bla bla bla, Hammer wo ist Elsa? okay, lass mir mehr nicht wissen über Elsa das habe ich jetzt auch, sehr gut hat es sich bei dir verändert oder hat man noch eine X? ne, ich habe ja bei FindElsa keine X ich habe da nur bei IsFastDOSGIF nix also, lass Mornay wissen über Elsa oder was? ja ähm, Mornasville is withling, a pity she escaped on the delicious things I could have done with such a tender flash oh, der sieht richtig aus der ne she fled west, but she won't get far half troll tribes, hold smugglers, bla 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 du lukst erstmal, es wird nicht mit ihm rede warum bist du auf der Presse? ist es nicht obvious, dass es vielleicht eine Presse ist, aber es ist gebaut wie eine Fortress und es kontrolliert die Straßen zu Burwich und zu den Westen die Erdreel, 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 Erdreelz, und die Wundersaltaben können wir das pauslich enden? welchen Blumen sop hat es dir nachher? nicht du kennst den Namen der IsFanlei, bevor der IsFanlei blablabla ok, es ist Zeit, dann es ist Zeit für dich zu sterben, mein Freund 31 ich will nicht sagen, weil er macht schaden Und ich mach dem Keilenscherben. Und der spawnt Viecher. Oh fuck, oh fuck. Äh, hier hab ich übrigens aufgehört im Singleplayer. Unstable Aether. Schund. Lass das erstmal kaputt machen, der spawnt dauernd neue. Der spawnt dauernd neue von diesen Teilen. Der spawnt unendlich viele Gegner übrigens. Es hängt. Komplett? Jetzt gehts weiter. Also müssen wir den erstmal umbringen bevor wir irgendwas anders machen können? Ja so, wir müssen schon irgendwie alles andere auch noch umbringen. Aber der Typ ist halt... Der hat mich hier auch aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Also ist das hier sehr hart. Ja also, wie du siehst. Er hat jetzt schon zwei von diesen Spawnern. Und mein Spiel fängt jetzt schon an zu laggen. Und ich hatte einfach, dass der komplette Raum voll war mit Gegner. Ich konnte nichts machen. Einer von den Unstable Dingern ist kaputt und ich bin gleich tot. Machst den zweiten gerade kaputt? Ja. Okay, ich mach den auch wieder kaputt. Okay, ich komm gar nicht mehr hin. Ich bin tot. Gott, ich bin... Oh Gott, fast gestorben. Guck, er hat schon wieder einen neuen gespawnt. Ja, da war ich gerade am Zerstören bei. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Also, brauchst du ein Portal oder kommst du hier rein? Mach ein Portal, ich glaub ich komm nicht rein. Okay. Ich hab's nur am Ende des Raums gemacht, sodass du nicht... Ja, die hast schon wieder einen neuen gespawnt. Und ich weiß nicht, ob wir ihn töten sollen oder die Teile oder was auch immer. Ich beschränke mich jetzt auf ihn. Ich versuch die... Pull du Agro von den ganzen Viechern. Oder versuch's halt. Und ich versuch auf ihn zu gehen, wenn ich ihn überhaupt finde. Soll ich hinnehmen die ganze Zeit der Mana tränke, weil ich jetzt nicht weiß, ob wir in der Heiltränke liegen. Oh mein, ich war fast instant tot, weil es so gelaggt hat. Wo ist er? Der ist hier gerade am anderen Ende des Raums. Super, ich wollte gerade zu so einem Ding hinlaufen und ich wollte einfach von einem Gegner aufgehalten. Okay, ich bin tot. Ich mach ihm auch kaum Schaden übrigens. Ja, ich auch nicht. Das wird mein Deathcounter ganz schön in die Höhe treiben. Ich könnte natürlich auf Abstand bleiben, weil dann hab ich nur Misses. Und macht praktisch gar keinen Schaden. Ja, ich mach auch gar keinen Schaden. Hat der eine Mana-Leiste? Ähm... Ich glaube... Weil irgendwann müsste die ja theoretisch leer sein, dann kann der keine Ether-Kristalle mehr spawnen. Ja, die Mana... Wir haben doch alle Mana-Rack. Er spawnt doch so viele Sachen, ich kann nichts dagegen machen. Ich merk das schon. Du hast gerade einen von den Kristallen kaputt gemacht, oder? Ja. Du hörst mal deinen Grab auf. Wo ist das? Ja, hier hinten. Okay, du kannst... Auf der Karte siehst du ihn übrigens an dem Stern. Also das ist bei mir jetzt gerade. Ich hab keinen Stern auf der Karte bei ihm. Achso, stimmt, weil du die Quest nicht mehr hast. Okay, du bist jetzt gerade nicht vorbeigelaufen. Er ist das große Leuchtenteil da. Hm, ich seh's. Ja, so eine Mana-Leiste geht nicht leer. Sehr gut. Okay, es gibt aber gerade noch einen Ether-Kristall, oder? Ja, ich glaub du hast den Gott kaputt gemacht. Ich glaub das war der Letzte. Ne, der hier ist auch noch einer. Ja, dann gibt's ja keine Monster mehr, wenn alle kaputt sind. Ich bin gestorben. Ich lebe noch, ganz knapp. Dein Portal... Warte. Gehst du durch andere Portale oder gehst du durch deins? Ich geh durch, äh, meins. Okay, gut. Weißt du... Und diesen, diesen Kampf wollte ich einfach nicht mehr machen, weil es hat mir keinen Spaß gemacht. Bin tot. Weil damals, also damals hat er, da hatte er locker fünf Stück gleichzeitig von diesen Kristallen. Äh, sein Schild ist down. Ich glaub jetzt können wir mehr Schaden machen. Ja, ich mach ihn auf jeden Fall. Jetzt mit meinem, äh, Großstück. Ja, aber ich krieg auch, ich krieg auch zu viel Schaden. Ja, du und ich hab noch weniger Leben als du, ne? Bist du tot? Ja, ich war schon die ganze Zeit tot. Ich komm grad durch dein Portal wieder rein. Ich bin grad kurz gehangen. Wo ist er denn? Oh, das Spiel hängt, danke. Er kommt grad zu mir angelaufen. Ja, das Spiel hängt grad komplett. Ich werd hier gleich ein Disconnect. Er macht einfach so viele Ether, Christoph. Man kann nichts machen. Ja. Ja. Ja, du hast das Spiel verlassen. Seht ihr, das ist das Problem. Ja, und das andere Problem ist halt, dass ich, dass wir's bei ihm nicht mehr machen. Wir können's theoretisch bei dir machen, aber dann haben wir halt keine Quest-Dinks mehr. Ja. Und dann hab ich die Quest halt nicht mehr. Auch doof. Ja, wir schaffen das bestimmt. Irgendwie. Halb mit 100 Millionen Toten von mir mindestens. Also, er hat ein Viertel Leben weniger etwa. Ein Fünftel etwa. Aber der Schild ist down. Ja, sein Schild ist sowas wie mein Schild. Der kann ihn einfach wieder anmachen. Also, das ist immer so ein... Hat er ihn schon wieder an? Nein, grad nicht, glaub ich. Okay, ich komm grad durch dein Portal. Ich mach mal die Ether-Kristall-Kack runter. Ja. Ja, sein Schild ist wieder an. Ja. Dann am besten von ihm weglaufen und, äh, auf die Kleinfiel konzentrieren oder so. Geht der einfach irgendwann aus? Ja. Ich weiß nicht, wie... Okay, ich hab grad nur Darius an der Backe. Übrigens. Kannst ihn töten, wenn du... Okay, ich sterbe. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Mein Ether-Kristall ist da. Ich muss gerade mal ganz kurz weglaufen, sonst bin ich tot. Ja, mach, mach. Ich, äh... Ich hab ihn immer noch an der Bande... Ich hab... Ah, es hängt wieder. Was scheiße ist, dass es so hängt? Oh mein Gott, ich bin tot. Eigentlich... Eigentlich müsste es noch gehen. Ich war 2-Hit bei ihm. Ich schätze mal, es wird daran liegen, dass seine Leitung einfach scheiße ist. Und daran, dass, äh, das Spiel noch unstabil läuft. Ja, meine Leitung ist zwar scheiße, aber eigentlich muss ich sowas abkennen, weil so viel ist das nicht im Multiplayer. Also, Multiplayer-Spiel verbrauchen eigentlich nicht so viel. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wir sind noch zwei der Gräber gleichzeitig. Ja? Ja. Cool. Muss ich erstmal kurz aufmachen. Also, ist das einer der... Einer der schlechtesten Kämpfe? Ne, das eine davon ist deins. Oh, das stimmt. Ich dachte gerade. Also, ich find sowas ist einer der schlechtesten Kämpfe in nem Spiel, was die Jäger sehen und das einfach behindert. Das ist so wie bei Borderlands diese komische Aura, die wir nicht verstanden haben. Ja. Im Endeffekt haben wir sie ja halbwegs verstanden, aber irgendwie war sie... Neh. Bin tot. Ungefähr ein Drittel Leben fehlt. Von Darius? Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Super. Einfach, einfach neue Kristall. Das ist behindert. Verdammt, ich bin das falsche Partarion. Machst du jetzt Essen oder nicht? So schnell ist es. Ich denke mir, du hast noch ne Viertelstunde Zeit, aber... Weißt du, wie lange das dauert? Das wärmer, oder? Du machst das schon. Muss ich jetzt noch mal Öl da reinmachen, oder? Ein bisschen, ja. Gott, ey, das ist... Schön. Aber zum Glück hab ich genug Heiltränke, also... Ja, ich hab noch Freustück. Aber ich sterb bestimmt gleich wieder. Oh, es hängt schon wieder. Ja. Also, hier ist das bei mir auch, äh... Im Singleplay abgestürzt, weil einfach zu viele Gegner da waren. Ich hab jetzt auch schon wieder richtig Lags, also... Also, ich hab echt gar keine Lags, aber halt... Ne, Internet-Lags. Ich hab... Ich hab... 20-30 FPS. Irgendwie tot. Und hab keinen Trank mehr. Ich hab ein halbes Leben etwa. Ich geh jetzt ein bisschen auf ihn ein. Ich kauf mal bis 25.000 Tränke. Ja, bis 30. Bis 30. Bis 30.000. Jetzt schon wieder grad ein Hänger. Okay, hab jetzt, äh... 49 Tränke. Kannst du das bitte machen, wenn ich nicht aufnehme? Danke. Richtig schlimm hier. Also, ich hab grad unter 30 FPS die ganze Zeit. Nice. Ich hab eigentlich die ganze Zeit 45 gehabt. Ich muss erst dran gewöhnen, dass mein Hals ist auf 4 liegen. Das ist richtig dumm. Gott, dauert das lange zu spawnen. Wie verlassen. Ja. Gott, ich liebe deine Internet-Leitung. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ja, und du bist der IT-Typ von uns, ne? Ja, eigentlich sollte es nicht so sein, also... Ja, aber warum kann Kirschi mit seiner Leitung nicht streamen, ne? Ja. Also, das kann ich mir eigentlich... Also, eigentlich... Er hat ja 5 oder so ab und eigentlich sollte 3.500 normal funktionieren, aber... Ja. Funktioniert sich auch nicht. Aber es hat ja gestern noch irgendwie nicht geklappt, dass ich, äh, mit... äh, 40.000 hochlade. Echt? Naja, hat nicht geklappt. So. Total gelagged. Ja. Ein Äther-Kristall ist kaputt. Ja, das war ja der letzte, den er grad hatte. Ich bin grad da vorne drauf. Oh, da kommt ein ganzer Monster. Neuer Äther-Kristall. Vor allen Dingen, er spawn... Ich hab ihm grad ordentlich Schaden gemacht. Ich hab ihm grad richtig viel Schaden gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Ich hab auch noch die ganze Sache drauf. Okay, er hat ein Schild drauf. Ich treff ihn trotzdem noch, halt nicht mehr so stark, ne? Ja. Aber wenn er ein Schild drauf hat, dann mach ich halt gar keinen Schaden mehr. Passt. Da geh ich immer auf die Kristalle drauf. Er hat kein Schild mehr? Ja. Ich bin gerammt. Aber zwei neue Kristalle? Einen neuen Kristall. Die einen hab ich grad zerstört. Was? Ich hab noch nicht in diesem Fall. Schild drauf. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Ich mach mal eben ein Äther-Kristall kaputt, wenn ich's schaffe. Er hat neun. Nee, ich bin tot. Ja, 1045 Leben sind einfach zu wenig, ne? Ich hab keine Chance. Da bin ich grad mal das ganze Zeug auf, was du aus der Kiste rausgeholt hast. Das ist bei mir schon lange weg. Ja, das hast du direkt gelootet, als ich mit denen geredet hab noch. Ich hätte ja keine Zeit dafür, dass du looten. Bin gleich wieder da. Wie viel Leben hat er noch? Kann ich grad nicht gucken. Das bist du? Hey, wo ist er? Ja, hier unten war er. Er hat noch ganz wen. 5 zu Max nicht mal. Ja, aber er hat Schilder ausleckt. Oh, oh Gott, es geht weiter. Ich glaub, ich würd bei dir auch rausfliegen, bei dieser Menge von Gegnern. Ich hab 39 FPS, 44, 43. Also ich glaub nicht, dass das Problem die Gegner sind. Ich glaub nicht, dass du rausfliegen würdest. Doch, glaub ich schon. Nein, sowas hatten wir noch nie bei dir. Und ich hatte es schon immer bei dir. Ich hatte, klar, direkt in den ersten Part oder zweiten Part, wo wir bei dir... Ja, aber danach nie wieder, oder? Nein, aber danach kamen auch niemals so riesige Gegnerhorden. Das war direkt in dem Lager von diesem ersten Dings, seitdem wir getötet haben, wo dann, äh, ziemlich viele Gegner da waren. Da hab ich mich dann... Ach, scheiße, chill. Deshalb greifst du nicht an. Ich wollt mich grad wundern, warum du die ganze Zeit nicht angreifst. Ich hatte kein Schild mehr. Gott, ey. 20 Leben grad gehabt, Alter. Ja, tot. Mal alles aufsammeln? Ne, erstmal die Wichser töten, Mann. Ne, ich sammle erstmal alles auf. So. Sind die Kristalle auch weg? Ja, die Kristalle... Oh Gott, das ist so schwer. Auch geil. Die Sachen, die er gespawnt hat, die Sachen spawnen, sind tot. Und deshalb sind auch die Gegner gestorben, die von den Sachen gespawnt waren. Okay. Okay. Spawnception. Geht's hier noch weiter? Oh, ich kann das Gold nicht aufheben. Moment mal. Ähm... Oskar Junior und Judith. Ähm... Ähm... Sie sterben. Ähm... Ich rede gerade mit dem kleinen Kind. Ja, bitte lasst uns alle. Wie warst du hier? Ähm... 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 Oh. Weil wir Silas Gerstutter haben, haben wir das ganze Dings abgefackelt. Welches ganze Dings? Ähm... 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 Okay, die haben wir beide irgendwo hingebracht. Ähm... Brauchst du vielleicht einen Schulterpanzer? Gott, ich muss jetzt mal gucken was ich hab. Ich hab... Äh... Moment. Gut Ration. Aber wird ein bisschen zuerst. Ja. Äh... Ich hab jetzt... Äh... Neue Schuhe, die sind schlecht. Neue Armpanzer, die sind schlecht. Ich hab nur schlechtes Zeug bekommen. Aber ich hab... Brauchst du einen Schulterpanzer? Äh... Nein, ich hab einen Set... Set-Schulterpanzer. Sicher, dass du den nicht willst? Er hat 126 Armor. Na, ich weiß nicht. Also... Mein Set ist eigentlich... Geil. Das macht mein Child Recovery Time. Plus 2,5 Health Regeneration. Mein Set macht Child Recovery. Also brauche ich ihn nicht. Okay. Gott ey. Oh, ich hab aber noch Skill. Der kann ihn natürlich. Ja. Ich hab ihn getötet. Ich bekomme mein Handy entsperrt. Okay, 4 Minuten haben wir noch. Dann gucken wir sich die Höhle noch ein bisschen weiter an. Und dann gehen wir auch wieder auf dein Server, damit du nicht mehr rumheulst. Okay, dass wir hier Sing-Song gekillt haben. Du lagst übrigens schon wieder. War vielleicht nicht so cool. Aber... Wir können auch nicht zulassen, dass der einfach Waffen herstellt für die anderen. Wer weiß, was dann passiert wäre. Ja. Da würden vielleicht hier mehr Leute sein mit besseren Waffen. Hier ist nochmal Dynamit. Das nehme ich mal schnell auf. Und... Äh... Hier geht's noch ein bisschen weiter. Er heißt nicht Sim-Song, er heißt Silas. Also den Namen kann man noch halbwegs noch aussprechen. Ja, mir fiel der Name noch nicht mal ein. Silas ist... Äh... Ja, auch aus einem... Äh... Sehr tollen Film, ein Charakter. Wollen wir mit einem Silas in der Klasse? Silas, Silas, weißt du, Deutsch? Hm. Schon klar. Naja, aber Silas ist schon ziemlich cool. Und Jamal. Du hast das How High? Ja. Hier ist nochmal Scrap. Ich hab mir meine Dings gedreht, bis ich meine Sicht... Bei mir... Oh! Hä? Liegt das da unten irgendwo im Abgrund? Ich hab grad irgendwas aufblitzen gesehen, aber ich kann mich dran. Hier ist ein Cave Entrance, also hier ist noch eine Höhle. Warte... Hä, wir sind in der Höhle? Ja, aber hier ist noch eine Höhle in der Höhle. Okay. Ich bin mal reingegangen. Hoffentlich sterbe ich nicht. Achso, wir sind jetzt in der NF-Team ein. What the fuck? Wie sind wir hier hängengekommen? Also hier waren wir schon mal drin vorher. Ja, aber wir kommen von hier aus nicht wieder weg. Doch, sicher. Nein, wie? Also nicht mehr zurück zumindest. Du lagst übrigens schon wieder. Ja, das ist gut. Ignorier es einfach. Oh, du schlägst einen unsichtbaren... ...Gegner. Ach, jetzt bist du da hinten, okay. Ja, okay. Es lagst so toll. Siehst du, und so ne Lacks hatten wir bei mir nicht. Ja, ich hab bisher auch keine Lacks, also ich kann mich nicht beschwören. Ja, aber du hattest auch nicht bei mir solche Lacks, oder? Äh... Nicht oft, aber manchmal. Also nicht oft, also wirklich nicht oft. Also ich hatte ein-, zweimal sowas, dass es ein bisschen gedeckt hat. Dass ich zum Beispiel irgendwo anders stand, dass Gegner woanders stehen. Also nicht... Ja, oder dass du einfach nen Gegner nicht siehst. Das hatten wir auch schon mal. Ja. Aber halt nur ein-, zweimal. Ja. Aber was liegt da an dir, dass es so laggt? Das glaube ich nicht, ja. Glaube ich eigentlich schon. Okay, okay. Okay, wir haben jetzt noch zwei Minuten Zeit, das heißt... Okay, wir sind mal in 4Hills. Wir gehen jetzt zurück nach Dingens. Alt-Arcovia. Wieso Alt-Arcovia? Ob wir wieder Quest abgeben können. Wir müssen auch noch ein selbes Crossinger, wir müssen nur noch Alt-Arcovia. Ich kann ja kein Portal machen. Du musst L drücken. Ja. Und dann kommt nichts. Bist du aus der Höhle schon raus? Ja, ich bin schon... Ich bin schon in Alt-Arcovia. Am Kala. Das ist dieser komische Hexer, der wollte das Buch haben. Ja. Hey, folgt einmal für Text. You may find interesting. Nice. Gut, dann würde ich sagen, wir hören jetzt noch kurz zu. Oder wir gehen auf meinen Server. Ja genau, wir gehen schon mal auf meinen Server. Okay. Sicher? Wenn ich die Quest hier abgebe? Ja, ich kann sie ja bei mir abgeben. Okay. Ja, Farwell. Ähm. Hier nochmal interesting, falls das jemand wissen will. Welche, welche Quest hast du jetzt abgegeben? Äh. Amkala... Irgendwas mit... Wo man das Buch abgeben aus dieses... Wo man das zu Amkala bringt. Amkala, Amkala, Amkala? Äh. Ich hab den Namen nicht gemerkt. Äh. Les mir mal die Quest vor, die du hast. Find Elsa. For the children. Troll rampage. And out threat. A life for an eye. Okay. Die fehlen richtig viele Quests hier. Ich hab... A royal... Remedy? Was ist das? Äh. Collect royal jelly from West. Das hab ich schon gemacht. Okay. Deliver the royal jelly in old Akavia. Ja, das hab ich... Und es ist das Gift hast du ja auch nicht. Was ist das? Find Milton Hart and collect his Amulet. Return... Das ist noch aus Devils Crossing der Anfangsquest. Die hast du einfach nicht... Ich glaub da bist du irgendwie rausgeflogen, da hat das gebackt oder so. Weil ich hab die schon sehr lange abgeschlossen. Okay. Ich liebe lags übrigens. Und bugs. Wie? Ja, das... Wir so viele Sachen immer verbuggeln. Also bist du jetzt hier... Noch mal Server? Nene, ich bin auf meinen gegangen. Wieso lag ich dann? Hä? Ich hab nie gesagt, du lagst. Es laggt und buggt. Ich liebe es, wenn es laggt und buggt. Wegen der Quest. Let money know what all of us fade. Ähm, Darius ist normal und deswegen scattered. Äh... Darius did not have Elzer. What do we do now? Ich hab das beschissene Amulett. I will speak to Barnabas. Okay, wir müssen jetzt noch äh... zwei Typen hier angucken. Oh, die sind. Neun. Ach, die sind hier. Äh, ja. Äh, Dads, äh, said I should look out for the server. How are you holding up? Äh... Äh, I missed that. Oscar looks really... Looks ready to cry. But then he lifts his head and resolve. But I have... Just listen to what the Consist tells you. Dad's a good kid. Okay. Dann haben wir jetzt noch, dass wir den Troll töten müssen und Barnabas. Und also mit Barnabas reden wir dann bald hier auf dem Server wieder, weil der ist hier irgendwo. Ja. Du hast jetzt aber noch nicht die Quest in, äh, Devil's Crossing abgegeben, oder? Doch auch schon. Ich hab alle abgegeben. Jetzt bist du auf, äh, Troll Rampage und we need to... also we need to die nächste Quest, die wir bekommen. Moment. Dann geb ich jetzt auch mal kurz die Quest ab. 10.000 XP! Wow! Welche? Die ich grad gekriegt hab. Also ich hab grad 10.000 XP dafür gekriegt. Ich hab drauf geachtet, was ich bekommen hab. I will speak to Barnabas. Ja. Das müssen wir erstmal, wenn wir bald hier auf dem Server gleich. Hab ich gemacht. Aber du hast doch nicht mit Barnabas geredet, oder? Wie denn? Ist ja nicht bis hin gegangen. Ich hab auch keine andere Quest fertig. Welche andere Quest? Ja, du hattest ja noch ne Quest fertig. Äh. Ja, das mit den Kindern, mit den Kindern reden. Hab ich nicht. Wieso? Weil ich das nicht fertig hab. Ach. Hab ich nicht mit den... Ach, dann müssen wir... Ach, dann müssen wir bald hier nochmal in die Höhle rein mit, noch mit dem reden. Ich bin schon drin. Ah, dann müssen wir aber auch nochmal Dings besiegen. Probably. Können wir nicht aus der Mine da wieder rein? Nein. Kannst du nicht. Sicher? Hab ich versucht. Ja, hundertprozentig. Äh, und wie machen wir das jetzt? Ähm, ich lauf grad schon hin. Okay. Also der Part ist auch schon ein bisschen länger vorbei. Aber... Gut. Dann hab ich mir grad gefallen. Und, äh... Bis... denn. Tschüss.